Komm jetzt, wir müssen aufräumen. Nein, 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 nein. Ich muss dir was sagen. Ich hab mich in dich verliebt, seitdem du schon mit Bianca warst. Versau den Moment nicht hier. Nein, nein. Mann. Was machst du hier? Wie lang schließt du schon hier? Lang genug, um kotzen zu können. Komm raus. Wie kommst du denn von mir hier rein? Durch die Tür. Kannst du nicht einfach hier reinlaufen?